Nachgefragt bei Sabine Verheyen zum Europäischen Solidaritätschor. Was genau ist das Europäische Solidaritätschor? Das Solidaritätschor ist eigentlich eine Weiterentwicklung des bisherigen Europäischen Freiwilligendienstes. Die Idee war, dass man halt nicht nur auf freiwilligen Basis und ehrenamtlich, sondern eben auch zusätzlich im Bereich der solidarischen Arbeit, das heißt einjährige Jobs, Zeitverträge in sozialen Einrichtungen und Institutionen europaweit, miteinander stärker vernetzt, dass wir auch Praktika anbieten. Aber der Hauptzweck des neuen Solidaritätschors ist, junge Leute zur Solidarität anzustiften und eben auch einen grenzüberschreitenden solidarischen Einsatz zu ermöglichen. Was hat sich hier in den vergangenen Jahren bereits getan? Wir kommen her im Endeffekt von einem Programm, das ein Teilprogramm des Erasmus Plus war. Der Freiwilligendienst war früher ein Unterprogramm im Erasmus Plus. Dies wurde deutlich ausgebaut mit einer wesentlich höheren Finanzierung. Das Programm ist komplett überführt worden und wir haben heute mit dem Solidaritätschor im Rahmen eines Pilotprojektes haben wir eine Institution geschaffen, die auch jetzt in den neuen Programmen weitergeführt wird, die jungen Menschen strukturiert, Auslandsaufenthalte, verbunden mit Solidarität und ehrenamtlichem Einsatz, aber auch wie gesagt Praktika und beruflichem Einsatz ermöglicht. Was haben wir beim Europäischen Solidaritätschor noch vor? Also wir haben jetzt für das neue Programm, für den neuen mittelfristigen Finanzrahmen, haben wir beim Solidaritätschor eine deutliche Aufstockung der Mittel zum jetzigen Status quo geschaffen, sodass mehr Jugendliche, mehr junge Menschen im Alter bis 30 eben in Europa solidarisch aktiv werden können. Das war's für heute.